ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit mit den aquapainter aka uli und zwar zum video 126 freitag 6 Uhr bin ich überfolgt da so auch heute und heute möchte ich euch mal was zeigen was ich länger nicht gezeigt habe und zwar kompletiere ich mein hintergrund auf der rechten seite und viele werden es wissen dass ich dort oben wahnsinnig wenig platz habe wenn man sich mal die anlage anschaut habe ich ja oben die hintergründe die fabrik dann die zweite fabrik wie auch immer und da ist wirklich ein platz von drei bis vier millimeter gegeben die ich irgendwo verwenden kann um einen vernünftigen hintergrund ja hinzukriegen und ich möchte nicht wer mich kennt einfach nur irgendwo ein hintergrundbild dran haben das reicht mir bei weitem nicht aus das hängt ja das habt ihr ja schon gesehen das kennt ihr ja wahrscheinlich dann habe ich ja die fabriken angebracht da oben die eben auch den hintergrund komplettieren die hatte ich ja damals so gebaut dass die in mehr lagen aufgebracht wurden auch innerhalb der toleranz die ich dafür habe so dass ich da irgendwo eine gewisse tiefenwirkung drin habe dass das irgendwo ein bisschen wirken habe auch mit verschiedenen farben gearbeitet im hintergrund etwas heller vordergrund etwas kräftiger und jetzt auf der rechten seite da hatte ich ja schon angefangen neulich habe ich ja die verkleidung vorne gebaut diese modul hintergründe die ich da gemacht habe und oben das habe ich euch nicht gezeigt habe ich die plattform jetzt geschlossen da wo die gebäude drauf saßen sehen wir da vielleicht noch mal ganz kurz die gebäude die da übrigens nicht bleiben werden die nur zur demonstration also zu zwecken von ja wie soll ich jetzt sagen damit ich die größenverhältnisse irgendwo sehen kann und dann geht es jetzt praktisch rechts auf der seite weiter da hat ja immer die landschaft aufgehört und wo die landschaft aufgehört hatte sollte ursprünglich sollte da wieder an berg hinkommen oder ich habe es nie gewusst was da wirklich hin soll der kann auch übrigens immer noch kommen wenn ich mich irgendwo dazu entschließen soll das zu machen aber ich weiß es noch nicht was ich machen werde wie es bauen werde und deswegen bekommt diese stelle jetzt zumindest erst mal bis zum anlagenrand auf der rechten seite das sind jetzt so 30 zentimeter die ich da noch mal gemacht habe ein hintergrund wie gesagt der blaue himmel und die wolken das war ja alles schon da und da habe ich auf diesem platz mir was überlegen müssen wie ich da bäume unter bekomme und das habe ich euch jetzt hier schon gezeigt ja hier drücke ich jetzt gerade sieht man ja nicht unschwer und zwar ein hintergrund dass das ganze ist auf 200 gramm mattem fotopapier aufgedruckt jetzt hier und da musste ich wieder mal eine ganze ganze weile suchen was passt zu meinen jetzigen hintergrund ich habe da ja schon ein paar so hügelchen dran geklebt und habe mich dann dafür entschieden weil das ein bisschen mit bäumen im vordergrund war und im hintergrund so ein bisschen geschwungene hügel das ist nämlich gar nicht so einfach das muss ja alles irgendwo zusammenpassen und ja habe ich mich dafür entschieden das habe ich nach langen suchen gefunden hier sehen wie es gerade ausschneiden mit so einem bastelmesser und das ganze dann entsprechend für diesen hintergrund dann vorzubereiten und ja muss man relativ genau ausschneiden weil man sieht es ja dann doch gerade wenn man mit der kamera irgendwo rangeht und was filmen möchte aber auch wenn man mal genauer hinguckt die anlage ist ja nicht so tief an der stelle dass ich da permanent ach irgendwo da hinten hier sieht man es da hängt schon da habe ich schon dran geklebt das habe ich euch nämlich erspart weil ja wie man stückchen papier an die wand klebt das wollte ich jetzt nicht zeigen und die farbe von diesen beiden ausgedruckten hintergründen die war nicht hundertprozentig gleich das eine das linke wo meine hand da verdeckt jetzt hier das habe ich vor ich sage mal zwei jahren da habe ich noch meine spur z gebaut habe ich das angeklebt und nun war es ja richtig richtig schwierig da was zu finden was da rechts zu passt und ich denke mal das passt zu wenn ich natürlich das bäumchen weg hatte man sieht es auf älteren aufnahmen von letzter woche liegt vor ich bei älteren aufnahmen dass da ein cut ist und ich mag es nicht wenn man jetzt was gemacht hat ich habe auf die gesamten fünf meter habe ich durchgehenden hintergrund wo man keine schnitte sieht also keine keine ungewollten schnitte sieht wo das irgendwo aufhört dann plötzlich und wo dann ja wo es halt doof aussieht und das wie gesagt das mag ich nicht und das habe ich dann auch damit jetzt aus gemerzt wie man so schön sagt und ja was ist schmaler als dieses unkraut was ich hier gesammelt habe ich habe keine ahnung was das für ein kraut war das habe ich auch vor zwei jahren mal gesammelt da war ich mit einer radtour mit meiner frau unterwegs und die ist bald wahnsinnig geworden weil ich ständig stehen geblieben bin und habe jetzt hier oben bei mir eine kleine kiste wo ich alles und zeug drin sammeln und das sah mir so schön flach aus ja und deswegen habe ich mich dafür entschieden diesen napf farbe ist ja unschwer zu erkennen die benutze ich schon öfter das hatte ich mir mal zurecht gemischt ich weiß gar nicht mehr was ich da gefärbt habe und welche bäume habe ich auf jeden fall auch gefärbt und die sieht relativ hell aus das liegt aber daran weil da weißleim drin ist die farbe ist normalerweise ein richtig schönes dunkles sattes grün schon nicht zu dunkel kann man nicht sagen hier sieht es jetzt gar nicht mehr so grün aus liegt aber ein bisschen an der aufnahme an dem hellen hintergrund und ich finde es nett ist es wirklich nett geworden was ich jetzt ja auch wieder mache wie vorhin bei den kunstbäumchen die stiele die baumstämme oder die die äste wie auch immer die mal ich immer noch mal braun denn so ein plastikbaum ist ja noch schlimmer wenn man den hinstellt so geht es mir zumindest dass das glänzt ja regelrecht das kommt bei mir gar nicht in frage weil welcher baumstamm da draußen glänzt denn deswegen werden die immer braun gemalt mit einer braunen braunen matten farbe und dann nehmen wir es jetzt hier schon gut linds hinix habe ich ja vorhin auch schon gemacht bestreut damit das dann eben schöne farben gibt und da habe ich drei verschiedene farben da manchmal mische ich die untereinander manchmal nehme ich die einzelnen das ist mal was mehr ins gelbe rein mal mehr ins dunkelgrüne rein aber da gehe ich jetzt mal jetzt gar nichts so drauf ein weil wenn ich mal bäumchen baue ich habe hier einen richtigen schönen karton mit haufen weiße zeug da das möchte ich euch dann mal zeigen wenn es soweit ist wie ich tatsächlich bäume vor die anlage baue das ist wie gesagt nur was was auf diesen drei bis vier millimetern platz finden soll da kann man sich nicht austoben das ist klar aber es reicht aus für die illusion mit den dahinterliegenden bäumchen die ich gedruckt habe und das davor reicht das völlig aus und ist eine nette sache muss ich ehrlich sagen und man kann da durch dieses unkraut so flexibel werden ihr seht es ja jetzt hier mal ist das das sieht das oben aus als wenn da ein baum abgesägt worden ist weil es halt in den gleisbereich rein geragt hat hier aus einer der ist komplett krumm den klebe ich übrigens flachen ja den da kommt so wie er wie ich ihn gerade halte im grunde hinterm hinter sich da stehen dann so kleine zweige nach oben ab und unten ist da wie so ein wie so ein stamm wo das raus wächst keine ahnung was es darstellen soll ich finde es eigentlich nett und für den hintergrund völlig ausreichend und ja es ist eine schöne sache mit diesen mit diesem unkraut das habe ich schon öfters mal verwendet auf der anlage aber oben links bei der fabrik da habe ich so kleine auch bäumchen im hintergrund ich sag mal das wird wahrscheinlich noch nie jemanden von euch aufgefallen sein muss es ja auch nicht und ich bin der meinung das ist ja das wenn es nicht auffällt ist doch am schönsten oder also man sich vor die anlage stellt guckt dahin ist so und so gemacht worden ist so und so ich glaube wenn man so eine gesamteinheit irgendwo bieten kann dass man da sagen kann ja so kleine einzelne sachen die die fallen erst auf wenn du näher herangehst ja jetzt habe ich hier mit erde das habe ich ja eigentlich immer schon gemacht ich mache da nichts mit gips oder ich mache da nichts mit spachtelmasse oder was weiß ich das wird richtige erde habe ich vorher ein bisschen mit weißlein weil da ist ehrlich gesagt eine kleine ritze weil das ist dann wie eine dachlatte wo die zwei gleise drauf liegen und das könnt ihr dahinter rieseln dann liegt das alles unter der anlage klar kann man wegsaugen aber ich will ja die erde oben drauf haben und nicht unten drunter deswegen mache ich das immer ein bisschen fest wo es zu dick ist kommt man ein bisschen ja hier so toilettenpapier so rein und dann passt das dann macht man das nass und dann kann man die erde drauf machen weil ich sage immer was ist natürlicher aber was sieht natürlicher erde aus ähnlich aus jetzt habe ich mich total verraspelt was sieht er nach erde aus wenn ich richtig erde oh gott war das schwer ja und jetzt mache ich das mit tiefgrund das heißt tatsächlich tiefgrund bei mir und nicht tiefengrund das habe ich schon ich kann es ja mal einblenden tiefgrund und das ist für mich die bessere wahl als dieser weißleim wasser gemisch da unten ich finde es schöner es wird definitiv fester es ist eine prise chemie drin so dass da kein unkraut sprießen könnte das wurde ich übrigens schon mal gefragt durch meine erde wahnsinnig erhitze nö mache ich nicht bin ich ehrlich weil die ist so knochen hart da hinten und die ist ja trocken da wächst doch kein unkraut mehr draus also bitte ja wenn da jetzt du kannst wenn wir eine nadel reinstechen da hinten und trocken und was soll da kein falls da ein kürnchen drin sein sollte ich muss da nichts ultra hoch erhitzen im backofen oder sowas brauche ich nicht hat sich bis jetzt bewährt ich habe das immer schon so gemacht da ist noch kein bäumchen natürlich gewachsen auf meiner anlage passt schon ja hier schiebe ich jetzt noch die lok vorbei weil ich muss ja mal wissen ob das tatsächlich überhaupt an den an den bäumen vorbeikommt ja ich meine man bastelt und friemelt und macht und dann zum schluss dann knarrt ist nicht wahrer schwimmen meine meisten loks werden sowieso noch lackiert werden später aber muss ja nicht sein und ja guck doch mal ich finde das nicht das passt so schön zum hintergrund natürlich wenn man nachher ich habe eine aufnahme nachher von ganz ganz links also von der gleissicht sozusagen da sieht man dann wie dreidimensional die bäume da sozusagen stehen das sieht nett aus ist natürlich auf die gesamt auf den gesamteindruck von vorne nicht zu vergleichen weil da habe ich eben auch die gedruckten bäume noch mit die ich sehen kann und wenn ich von der seite gucke stehen natürlich nur die bäumchen raus die ich da ja angeklebt habe irgendwo und aber trotzdem ich finde es ist nett und da ich noch nicht genau weiß wie ich die rechte seite hier sehen wir übrigens rechts vorne das gebäude hier seht ihr das hier sieht man die bäume wie sie raus stehen das haben wir glaube ich mit einem spieler schon gehabt und ja aber es ist nett weil so guckt man ja gar nicht auf die anlage aber selbst das finde ich kann man so durchgehen lassen ja und ja wie gesagt gras streuen das mache ich dann mit so ein bisschen so ein bisschen sicher dieses hart schaumzeug ist das glaube ich genau und das kippe ich dann da so ran dass das eben auf der erde oben auf liegt und das wird dann auch mit diesem tiefgrund gemacht hier sehen wir es schon und der ist flüssiger weißleim wasser gemisch ist fester also zähflüssiger will ich mal sagen und dieses zeug das ist so richtig schön und es gibt manchmal also auf gleisen zum beispiel verwende ich es gar nicht weil da habe ich das problem dass mir dann so ein weißer schleier auf den schwellen liegt ja da nehme ich natürlich wieder wasserweißleim gemisch auch das sind so ein bisschen erfahrung die man irgendwo sammelt und dann passt das schon ja ich denke mal in dieser übersicht guckt man da habe ich das links auch schon so gemacht hier ist ein bisschen dichter da kommen die gedruckten bäume das passt oder bin ich zumindest der meinung ja meine freundin das war es dann für die woche dann verabschiede ich mich schön dann sage ich macht's gut bis nächsten freitag das nächste video ist in arbeit und dann alles gute bis dahin tschüss euer uli aka aquapenta